Hallo und herzlich willkommen zum vierten Tutorial zu dieser Übung. Ich bin Max und während wir uns in den vorangegangenen Tutorials bereits damit beschäftigt haben, Entwürfe für Volumenkörper mittels Extrusion, Addition und Subtraktion zu erstellen, gehen wir nun noch einmal einen kleinen Schritt zurück. Wir werden uns in dieser Aufgabe noch einmal mit den Werkzeugen zur 2D-Zeichnung in Rhino beschäftigen und dabei bereits bekannte Methoden vertiefen sowie auch neue Werkzeuge zur Erstellung von Freiformgeometrien kennenlernen. Grundsätzlich lassen sich in Rhino sehr komplexe Geometrien mithilfe von Kurven erstellen. Dabei umfasst der Begriff Kurve allgemein hin sowohl Linien, Polylinien, Kreisbögen als auch die sogenannten Freiformkurven. Einige Werkzeuge zur Erstellung von Linien, Polylinien und Kreisbögen haben Sie bereits kennengelernt. Diese Werkzeugpalette werden wir nun erweitern, sowohl mit einigen neuen Befehlen als auch mit dem entsprechenden geometrischen Hintergrundwissen, vor allem zum Thema Stetigkeit. Weiterhin schauen wir uns an, wie wir in Rhino mit Freiformkurven arbeiten können. Dabei existieren verschiedene mathematische Methoden zur Definition und Erzeugung solcher Freiformkurven. Diese verschiedenen Typen von Freiformkurven lassen sich in Rhino jedoch alle, unabhängig von ihrer Erzeugung, über die sogenannten Kontrollpunkte bzw. das sogenannte Kontrollpolygon kontrollieren und manipulieren. Ok, let's go! Wir öffnen also zunächst in Rhino die bereitgestellte Template-Datei für die Kachel. In diesem Tutorial werden wir nur in der Top View arbeiten. Es empfiehlt sich außerdem, den Object Snap Planar anzuschalten. So vermeiden wir, dass wir aus Versehen, ohne es zu merken, in unterschiedlichen Höhen arbeiten. Wie ihr sehen könnt, gibt es in dieser Template-Datei einen äußeren Begrenzungsrahmen in schwarz und einen inneren Begrenzungsrahmen in grau. Außerdem gibt es insgesamt zehn vordefinierte Anschlusslinien in rot. Bevor wir richtig loslegen, für diese und die kommenden Aufgaben ist die Verwendung von verschiedenen Layern, also Ebenen, essentiell und unumgänglich. Ohne ein vernünftiges Layer-Management werdet ihr bereits nach kurzer Zeit völlig durcheinander kommen. Da dies auch beim weiteren Arbeiten mit Rhino, insbesondere wenn die Projekte komplexer werden, unabdingbar ist, gewöhnt es euch am besten jetzt direkt an. Arbeitet von vornherein auf mehreren Ebenen und benennt diese auch sinnvoll, um euch später Frust zu sparen. Zunächst zeige ich euch jetzt, wie ihr ausgehend von der Template-Datei einen Punktraster zu eurer eigenen Orientierung erzeugen könnt. Dazu erstelle ich jetzt erstmal einen neuen Layer und nenne diesen Grid. Ich verwende jetzt den Befehl Point Grid oder alternativ klicke ich hier im Punktmenü auf das Point Grid Icon. Meine Kachel hat die Maße 375 x 250 mm und lässt sich daher zum Beispiel mit 25 x 25 Punkten gleichmäßig rastern. Ich stelle also im Befehl Point Grid den X-Count auf 25 und den Y-Count ebenfalls auf 25. Anschließend ziehe ich ein Rechteck über die Kachel auf, indem ich erst die äußere Ecke unten links anklicke und dann die äußere Ecke oben rechts anklicke mit Hilfe des Object Snaps. Der Befehl fragt mich nun nach einem Höhenpunkt, dies ist jedoch nur für dreidimensionale Punktraster nötig. Daher bestätige ich einfach mit Enter. Wie ihr sehen könnt, wurde mein Punktraster nun erstellt. Wenn ich hier draufklicke, dann seht ihr, dass nicht nur ein Punkt, sondern alle ausgewählt werden, da das Raster als Point Cloud Objekt definiert ist. Das ist in diesem Fall ziemlich praktisch. Nun setze ich den Layer mit dem Punktraster noch auf Locked, indem ich hier das kleine Schloss anklicke. So kann ich verhindern, dass die Objekte auf diesem Layer versehentlich ausgewählt oder bewegt werden. Noch ein Hinweis, für diese Aufgabe ist es euch freigestellt, ob ihr mit einem oder auch mit mehreren Rastern zur Orientierung arbeitet. Ihr könnt die Linien, Kreisbögen und Kurven auch vollständig ohne Raster zeichnen. Wichtig ist jedoch, dass ihr die Vorgaben bezüglich der Anschlusspunkte und des Rahmens einhaltet. Beachtet dazu also bitte genau die Vorgaben in der Aufgabenstellung. Ich werde hier nun aus Demonstrationsgründen mit dem Punktraster arbeiten. Als erstes schauen wir uns ein bereits bekanntes Werkzeug an, die Polyline. Die Polyline ist eine Kurve ersten Grades und besteht aus einzelnen Liniensegmenten. Die einzelnen Liniensegmente entsprechen mathematisch betrachtet linearen Funktionen. Ich erstelle mir also zunächst mal einen neuen Layer, nenne diesen Polyline und aktiviere ihn. Anschließend erstelle ich mit dem Polyline-Werkzeug einfach eine ganz simple Polyline, die hier eine Ecke zeichnet und die beiden Anschlusssegmente hier verbindet. Die Polyline weist an allen ihren Eckpunkten lediglich eine sogenannte Gen-Null-Stetigkeit auf. Das bedeutet, dass lediglich die Endpunkte der einzelnen Segmente die gleiche Position haben, es jedoch keine Form der Verrundung oder Krümmung gibt. Diese Polyline werde ich jetzt mit dem Befehl Philly ausrunden. Dabei stelle ich hier im Beispiel den Radius zunächst auf 20 und schalte die Option Trim ein. Jetzt klicke ich mit dem Cursor zunächst auf das eine Liniensegment und dann auf das andere Segment der Polyline. Nun ist die Ecke der Polyline durch einen Kreisbogen mit 20 mm Radius ausgerundet. Die angrenzenden Segmente der Polyline wurden aufgrund der eingeschalteten Trim-Option entsprechend zugeschnitten. Nun führe ich den Befehl Philly noch ein weiteres Mal aus, stelle den Radius diesmal auf 30 mm und schalte die Option Trim aus. Wenn ich nun noch einmal die beiden Liniensegmente der Polyline anklicke, entsteht ein weiterer Kreisbogen, der tangential an die Liniensegmente anschließt und diese verrundet. In diesem Fall wurde nun jedoch nicht getrimmt, die ursprünglich verrundete Kurve bleibt also bestehen und es wird lediglich der Kreisbogen von 30 mm neu erzeugt. Dies wiederhole ich nun noch einmal mit anderen Radien. So entsteht hier ein erstes grafisches Muster. Als nächstes möchte ich mit euch einen Blick auf Kreise, Circles und Kreisbögen, Arcs werfen. Kreise und Kreisbögen zählen ebenso wie Ellipsen und Parabeln zu den Kurven zweiten Grades. Auch Kreise und Kreisbögen können in Rhino auf unterschiedliche Arten erzeugt werden. Dazu erstelle ich mir nun erstmal wieder einen neuen Layer und dann erzeuge ich zunächst einen Kreis über die Definition des Zentrums und des Radius. Weiterhin habt ihr die Möglichkeit, einen Kreis über die Definition von zwei Punkten zu erzeugen. Damit bestimmt ihr logischerweise direkt den Durchmesser des Kreises. Außerdem gibt es hier die Möglichkeit, einen Kreis über die Definition von drei Punkten zu erzeugen. Alle drei ausgewählten Punkte liegen dann anschließend auf dem Kreis. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, statt vollständiger Kreise auch nur Teile von Kreisen die sogenannten Kreisbögen zu erzeugen. Hierzu erstelle ich mir nun erstmal mehrere Linien, die ich dann anschließend mit tangenziellen Kreisbögen miteinander verbinden werde. Nun benutze ich den Befehl Arc und klicke hier die Option Tangent an, denn ich möchte ja tangenziale Kreisbögen erzeugen. Anschließend klicke ich die erste Linie als Tangente an und im Anschluss die zweite Linie. Nun habe ich theoretisch noch die Möglichkeit, einen dritten tangenzialen Anschluss auszuwählen, In diesem Fall überspringe ich diese Option jedoch mit Enter. Da es bei dieser Methode immer zwei Kreisbögen gibt, die die definierten Bedingungen erfüllen, wähle ich nun mit einem Klick auf die richtige Seite noch den Kreisbogen aus, den ich erzeugen möchte. Dies wiederhole ich nun noch mit meinen anderen zuvor gezeichneten Linien. An dieser Stelle noch ein kleiner Exkurs in das Thema der Stetigkeit. Gerade habe ich Kreisbögen erzeugt, die tangenzial an Linien anschließen. Man spricht hier auch von der sogenannten G1-Stetigkeit oder Tangentialität. Zwei Kurven sind zueinander tangential, wenn sich ihre Endpunkte nicht nur berühren, wie bei der Polylinie, sondern auch an diesem Berührungspunkt die gleiche Richtung aufweisen. Dies ist die einfachste Form eines weichen Übergangs von einer Kurve zur anderen. Aber nun zurück zu meinen gerade gezeichneten Kreisbögen. Achtung, diese sind nun zwar in jedem Fall tangential zu den vorher definierten Linien. Der Punkt, an dem die Tangentialität eintritt, fällt jedoch nicht zwangsläufig auf den Endpunkt der Linie. Wenn ihr euch also ein wenig hineinzoome, könnt ihr sehen, dass hier noch Reste der Linien überstehen. Dies wird in eurem Fall nicht zwangsläufig auch so sein, da es immer von den jeweils gezeichneten Referenzlinien abhängt. Sollte es jedoch bei euch auch auftreten, könnt ihr dies ganz einfach mit dem Befehl Trim beheben. Im Befehl Trim wähle ich zuerst meine Schnittobjekte aus. Das sind in diesem Fall meine drei Kreisbögen. Ich bestätige das dann mit Enter. Anschließend klicke ich auf die Segmente oder Geometrien, die ich abschneiden möchte. Die beiden Kurven werden dann automatisch miteinander verschnitten und das angeklickte überstehende Liniensegment wird gelöscht. Nachdem wir uns nun mit den einfacheren Kurven ersten und zweiten Grades beschäftigt haben, kommen wir zu den verschiedenen sogenannten Freiformkurven. Freiformkurven können in Rhino ebenfalls auf unterschiedliche Arten erzeugt werden. Weiterhin können diese Freiformkurven zusätzlich auch mit unterschiedlichem Grad, auch Degree genannt, erzeugt werden. Sowohl die Art der Erzeugung als auch der Grad der Kurve haben großen Einfluss auf die Form und Anmutung der entstehenden Kurve. Ich werde euch nun die verschiedenen Methoden zur Erzeugung von Freiformkurven demonstrieren, doch damit auch deutlich wird, wie sie sich unterscheiden, zeichne ich mir zunächst einige Referenzpunkte. Dafür erstelle ich mir einen neuen Layer und gebe diesem die Farbe Magenta, damit sich diese Referenzpunkte auch gut von der umliegenden Geometrie abheben. Nun zeichne ich mit dem Punktwerkzeug meine Referenzpunkte ein. Mein Ziel wird es sein, diese beiden Anschlusspunkte hier zu verbinden mit den Freiformkurven. Nun erstelle ich mir wieder einen neuen Layer und da alles einen Namen haben muss, nenne ich diesen Control Point Curve 3. Warum, wird sich gleich noch zeigen. Jetzt benutze ich zunächst das Kurvenwerkzeug, welches mir Rhino hier als erstes anbietet. Das ist die sogenannte Control Point Curve. In der Kommandozeile könnt ihr sehen, dass bei Degree standardmäßig Degree 3 eingestellt ist. Je höher der Degree, also der Grad einer Kurve ist, desto größer ist der Einfluss eines einzelnen Kontrollpunkts auf die umliegenden Segmente der Kurve. Das hört sich jetzt erst einmal verwirrend an. Ich verspreche euch jedoch, dass es gleich klarer werden wird. Ich zeichne jetzt also meine Control Point Curve durch meine vorher definierten Referenzpunkte. Wie ihr sehen könnt, entsteht hier eine smooth, weiche Kurve. Zusätzlich sind die Enden der Kurve tangential zu den Anschlüssen am Rand meiner Kachel. Wenn ich die Kurve auswähle, werden deren Kontrollpunkte angezeigt. Ich kann diese Kontrollpunkte nun einzeln auswählen oder auch mehrere Kontrollpunkte auswählen und nachträglich verschieben. So ist es mir möglich, frei vom Kurven zu manipulieren. Verschiebe ich nun beispielsweise diesen Kontrollpunkt hier, dann verliere ich die Tangentialität am Rand der Kachel. Da nun keine zwei Kontrollpunkte mehr auf der verlängerten Linie des Randanschlusses liegen. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, achtet bitte darauf, dass eure Zeichnungen an allen Anschlusslinien am Rand der Kachel mindestens tangential anschließen. Als nächstes zeige ich euch die gleiche Kontrollpoint-Curve, jedoch diesmal mit Degree 2. Dazu erstelle ich mir erneut einen neuen Layer, nenne diesen Kontrollpoint-Curve 2 und gebe ihm eine andere Farbe, damit der Unterschied besser sichtbar wird. Ich nehme nun also nochmal das Kontrollpoint-Curve-Werkzeug und stelle in der Kommandozeile den Degree auf 2 ein. Jetzt zeichne ich erneut entlang meiner Referenzpunkte und ihr könnt sehen, dass die entstehende Kurve weniger smooth als die Kurve mit Degree 3 ist, da hier der globale Einfluss eines einzelnen Kontrollpunktes niedriger und der lokale Einfluss eines jeden Kontrollpunkts höher ist. Als nächstes betrachten wir die Interpolated Curve. Dazu erstelle ich erneut einen neuen Layer, nenne diesen Interpolated Curve und gebe ihm ebenfalls eine andere Farbe zur besseren Unterscheidung. Jetzt nehme ich das Interpolated Curve-Werkzeug und zeichne erneut entlang meiner vorher definierten Referenzpunkte. Euch wird es vermutlich auch sofort auffallen, bei dieser interpolierten Kurve definiere ich nicht, wie vorhin bei der Controlpoint-Curve, die Kontrollpunkte an sich, sondern definiere, durch welche Punkte die Kurve hindurchgehen soll. Das hat zur Folge, dass die Kurve zumindest in ihrer jetzigen Form nicht tangential zu den Randanschlüssen anschließt. Um diese Tangentialität herzustellen, muss ich die Kurve nun noch nachträglich bearbeiten. Wenn ich die Kurve auswähle, könnt ihr sehen, dass nun zur Bearbeitung nicht mehr die interpolierten Punkte, sondern automatisch erzeugte Kontrollpunkte angezeigt werden. Diese Kurve unterscheidet sich also von ihrer geometrischen Definition nicht von der vorher benutzten Controlpoint-Curve, sondern lediglich in der Art und Weise, wie ich sie in Rhino erstelle. Um die Tangentialität an den Randanschlüssen herzustellen, nehme ich nun diesen Kontrollpunkt hier und ziehe ihn auf eine Linie mit dem Randanschluss. Nun schließt auch diese Kurve Tangential an diesem Anschluss an. Das gleiche wiederhole ich noch einmal auf der anderen Seite beziehungsweise am anderen Anschluss. Und jetzt schließt auch dieser wieder Tangential an den Rand hier an. Als letztes möchte ich euch noch eine weitere Methode zur Erzeugung von Freiformkurven zeigen, die sogenannte Handle Curve. Dazu erstelle ich mir wieder einen neuen Layer, nenne diesen Handle Curve und gebe ihm zur besseren Unterscheidung diesmal die Farbe Blau. Ich verwende dann das Handle Curve-Werkzeug hier oder gebe den Befehl Handle Curve in die Kommandozeile ein, um meine Handle Curve zu zeichnen. Ihr könnt hier nun sehen, dass ich immer einen meiner Referenzpunkte anklicke und im Anschluss das sogenannte Handle definieren kann, also den Einflussbereich dieses gerade angeklickten Punktes. Verwende ich ein größeres Handle, bekomme ich auch einen größeren Einflussbereich dieses eben angeklickten Punktes auf die Kurve. Verwende ich ein kleineres Handle, schwindet der Einflussbereich dieses Punktes. Außerdem könnt ihr sehen, dass die Kurve am ausgewählten Punkt immer tangential zur Definition des Handles verläuft. So gehe ich nun wieder meine Referenzpunkte entlang und zeichne meine Kurve bis zum Anschluss an dem anderen Rand meiner Kachel. So, Achtung! Die Handle Curve birgt noch eine weitere Besonderheit. Wenn ich die soeben erstellte Kurve auswähle, dann sieht zunächst alles so aus wie immer. Wenn ich aber anfange, die einzelnen Kontrollpunkte dieser Handle Curve zu verschieben, dann könnt ihr sehen, dass sich hier Ecken bilden, die sogenannten Kings oder auch Diskontinuitäten. Das liegt daran, dass die Handle Curve nicht wie die vorher gezeigten Freiformkurven eine einzige Kurve, also ein einziges Objekt ist, sondern aus mehreren zueinander tangential verlaufenden Kontrollpunktkurven zusammengesetzt ist. Dies lässt sich verdeutlichen, indem ich die Handle Curve auswähle und dann den Befehl Explode verwende. In diesem Fall wurde die Handle Curve nun in mehrere Teilkurven, die ich auch einzeln auswählen kann, aufgeteilt. Führe ich diesen gleichen Schritt bei einer der zuvor erzeugten Freiformkurven durch, wähle ich also beispielsweise diese Kurve aus und gehe auf Explode, dann bekomme ich in der Kommandozeile eine Fehlermeldung. Cannot explode single curve segments. Denn eine als Einzelobjekt definierte Kurve lässt sich mit Explode nicht auseinanderspringen. Sie haben nun schon viele relevante Werkzeuge zur Erstellung von Kurven kennengelernt. Im folgenden Teil möchte ich Ihnen jedoch noch einige weitere äußerst nützliche Werkzeuge zur Bearbeitung, Manipulationen sowie Ableitungen von Kurven an die Hand geben. Dazu schauen wir uns zunächst den Befehl divide an. Mit divide können Sie beliebige Kurven unterteilen. Dabei können Sie entweder eine bestimmte Anzahl von Segmenten oder eine bestimmte Segmentlänge definieren. Ich erstelle mir hier nun also zunächst wieder einen neuen Layer mit dem Namen divide. Anschließend führe ich den Befehl divide aus und wähle dann die Kurve aus, die ich unterteilen möchte. Diese Auswahl bestätige ich dann mit Enter. Nun kann ich die Anzahl der Segmente definieren. In diesem Fall unterteile ich die Kurve in 16 Segmente. Zusätzlich lässt sich hier in der Kommandozeile noch einstellen, ob die Kurve an diesen Unterteilungspunkten nur markiert oder auch aufgetrennt werden soll. Um die Kurve aufzutrennen, gibt es die Option Split und um die Kurve lediglich an den Unterteilungen zu markieren, gibt es die Option Mark Ends. In meinem Fall lasse ich die Unterteilungspunkte lediglich durch Punkte markieren, indem ich die Option Mark Ends einschalte und die Option Split ausschalte. Nun bestätige ich mit Enter und erzeuge somit die Markierung der Unterteilung. Von diesen Markierungen ausgehend kann ich nun beispielsweise neue Kurven zeichnen. Als nächstes schauen wir uns den Befehl Curve Boolean an. Mit diesem Befehl lassen sich aus mehreren überlappenden Kurven geschlossene Regionen erzeugen. Ich demonstriere das nun einmal an den sich hier überlappenden Kreisen. Dazu führe ich den Befehl Curve Boolean aus und wähle im Anschluss diese zwei Kreise aus und bestätige meine Auswahl mit Enter. Anschließend wird von mir verlangt, die Regionen auszuwählen, die ich behalten möchte. Dazu klicke ich nun hier in die Kreise hinein und wähle in meinem Fall alle drei Regionen aus. In der Kommandozeile kann ich mit der Option Delete Input nun noch einstellen, ob die Originalkurven bei der Operation gelöscht werden sollen oder nicht. In diesem Fall setze ich die Option auf Alle. Wenn ich nun mit Enter bestätige, erhalte ich die Umrandung der ausgewählten Regionen als neues Objekt. Durch die eingestellte Option wurden die ursprünglichen Kurven gelöscht. Nun schauen wir uns noch den Kurvenversatz an. Dazu könnt ihr den Befehl Offset verwenden. Der Befehl versetzt eine Kurve und erstellt eine Parallelkurve, die in einem exakt definierten Abstand zur Ausgangskurve verläuft. Ich wende den Befehl hier nun also auf die vorhin zusammengesetzte Region an. In der Kommandozeile stelle ich den Abstand auf 5 mm ein und die Option Corner auf Sharp. Diese Option führt dazu, dass scharfe Ecken und Kanten auch scharf bleiben und nicht ausgerundet werden. Ich wende den Befehl jetzt noch ein weiteres Mal auf die gerade schon versetzte Kurve an, stelle jedoch diesmal die Option Corner auf Smooth, damit ihr den Unterschied sehen könnt. Hier sind nun also die scharfen Ecken des Offsets ausgerundet. Als nächstes nützliches Werkzeug schauen wir uns nun noch die sogenannten Twins an. Mit dem Befehl Twin Curves könnt ihr zwischen zwei bestehenden Kurven interpolieren und dazwischen eine oder mehrere neue Kurven erzeugen. Dies eignet sich hervorragend für die Erstellung von komplexen grafischen Patterns. Als erstes erstelle ich mir dafür wie immer einen neuen Layer, in diesem Fall mit dem Namen Twin Curves. Anschließend führe ich den Befehl Twin Curves in der Kommandozeile aus. Jetzt wähle ich einmal zwei meiner zuvor gezeichneten Freiform-Kurven aus. Im Anschluss kann ich über die Eingabe in der Kommandozeile die Anzahl der Kurven definieren, die ich erzeugen möchte. Ich stelle diesen Wert in meinem Fall nun auf 5 ein und bestätige mit Enter. Wenn ich nun noch einmal mit Enter bestätige, habe ich zwischen meinen ursprünglichen Freiform-Kurven 5 neue Kurven erzeugt, die zwischen den Formen der Originalkurven interpolieren. Als letztes Kurvenwerkzeug schauen wir uns nun noch einen der mächtigsten Befehle an, und zwar den Befehl Blend Curve. Damit könnt ihr einen Übergang zwischen zwei Kurvenenden erzeugen. Durch die vielseitigen Einstellungs- und Analysemöglichkeiten eignet sich dieser Befehl auch insbesondere für einen weiteren kleinen Exkurs zum Thema Stetigkeit. Schauen wir uns das Ganze also mal an. Zunächst erstelle ich mir wie immer einen neuen Layer und nenne diesen für dieses Beispiel Blend Curve. Anschließend zeichne ich mir zwei Linien, die ich im Anschluss mit dem Befehl Blend Curve verbinden möchte. Jetzt führe ich den Blend Curve-Befehl aus und klicke dann nacheinander auf die Enden der Kurven, die ich verbinden möchte. Es öffnet sich daraufhin ein kleines Fenster, mit dem ich die Optionen des Befehls konfigurieren und einstellen kann. Damit wir sehen, was hier los ist und auch eine grafische Referenz haben, klicke ich zunächst auf Show Curvature. Es öffnet sich ein weiteres kleines Fenster. Außerdem solltet ihr nun, wie hier bei mir, eine Kurvaturanalyse angezeigt bekommen. Sollte es bei euch anders aussehen oder gar nicht sichtbar sein, stellt am besten hier zunächst die Farbe auf eine leicht erkennbare Signalfarbe. In meinem Fall verwende ich Rot. Sollte immer noch nichts zu sehen sein, erhöht ihr hier schrittweise die Skalierung, bis auch wirklich etwas zu sehen ist. Was ihr hier nun seht, ist die sogenannte Kurvaturanalyse, mit der ihr verbildlichen könnt, wie gut bzw. smooth der Kurvenübergang ist. Zur Bearbeitung der Blend Curve habt ihr hier ebenfalls die Möglichkeit, die Kontrollpunkte zu verschieben. Dabei könnt ihr auch sehr schön sehen, wie sich die Kurvaturanalyse bei verschobenen Kontrollpunkten verändert. Schauen wir jetzt einmal in die Optionen, seht ihr hier, dass ich bei beiden Kurvenanschlüssen Tangentialität als Kriterium eingestellt habe. Die Blend Curve schließt also in diesem Fall an beide Linien tangential an und lässt sich durch zwei Kontrollpunkte kontrollieren. Als kleine Wiederholung. Tangentialität bedeutet, dass die Kurven an ihrem gemeinsamen Punkt in die gleiche Richtung gehen. Zunächst sieht das ja alles ganz sauber aus. In der Kurvaturanalyse sehen wir hier trotzdem, dass die Kurvatur genau an diesen Endpunkten schlagartig zunimmt. Das ist der Fall, da die Kurven zwar an ihren Endpunkten in die gleiche Richtung gehen, schon beim nächsten Punkt, der quasi unendlich nah an diesem Endpunkt dran ist, ändert sich jedoch die Richtung. Wenn wir das hier noch smoother und sauberer machen möchten, können wir in diesem Fall die Kontinuität auf Curvature stellen. Jetzt könnt ihr sehen, dass die Blend Curve sich verändert hat und auch die Kurvatur nicht mehr so schlagartig zunimmt, sondern ein wenig sanfter ansteigt. Wir sprechen in diesem Fall von einer G2-Stetigkeit. Das bedeutet, dass die Kurven sowohl den gleichen Endpunkt besitzen, an diesem in die gleiche Richtung zeigen und zusätzlich am Endpunkt noch den gleichen Radius besitzen. Man spricht hier auch von Kurvaturkontinuität oder Krümmungsstetigkeit. Wenn ihr ein Kurvenende der Blend Curve auf Curvature gestellt habt, gibt es nicht mehr nur zwei, sondern drei Kontrollpunkte, die ihr hier manipulieren könnt und bewegen könnt. Als nächstes schauen wir uns noch die G3-Stetigkeit an. Dazu stelle ich hier nun meine beiden Kurvenenden auf G3. An dieser Stelle sei nochmal angemerkt, dass ihr natürlich auch verschiedene Stetigkeiten für die Enden der Blend Curve einstellen könnt. Wenn die Kontinuität auf G3 umgestellt ist, könnt ihr hier sehen, dass die Kurvaturanalyse nun noch smoother ist und die Kurvatur daher den Enden der Blend Curve noch sanfter ansteigt. Das liegt an dem zusätzlichen Kriterium der G3-Stetigkeit. Für eine G3-Stetigkeit müssen alle vorangegangenen Bedingungen der G2-Stetigkeit und noch eine Zusatzbedingung erfüllt sein. Im Einzelnen bedeutet das also, die Kurven müssen sowohl den gleichen Endpunkt besitzen, an diesem in die gleiche Richtung zeigen, am Endpunkt den gleichen Radius aufweisen und dieser Radius muss an einem Punkt in der Ebene mit der gleichen Rate beschleunigen. Durch dieses zusätzliche Kriterium der Planarenbeschleunigung entsteht ein noch weicherer Übergang. Zur Kontrolle der Blend Curve habt ihr bei eingestellter G3-Stetigkeit nun vier Kontrollpunkte am Anschluss der Kurvenenden zur Verfügung. Wenn ich mit der eingestellten Blend Curve zufrieden bin, kann ich das Ganze mit einem Klick auf OK in diesem Optionsfenster bestätigen. Daraufhin wird die Blend Curve erzeugt. Sie haben nun eine Fülle von nützlichen Befehlen für die 2D-Zeichnung in Rhino kennengelernt. Im zweiten Teil dieses Tutorials werden Sie noch lernen, wie Sie Kurven verschiedene Darstellungsstile und Linienstärken zuordnen können. Weiterhin werden wir uns anschauen, wie Sie mit den sogenannten Hedges verschiedene Arten der Schraffierung innerhalb von geschlossenen Kurven erzeugen können. Dieses Wissen und die Fähigkeiten benötigen Sie, um Ihre Zeichnung letztendlich auszuarbeiten und im Anschluss auch für den Druck vorzubereiten. Zunächst werde ich aber hier, für Sie im Schnelldurchlauf, meine Beispielzeichnung noch ein wenig weiter ausarbeiten. Dazu werde ich die verschiedenen Befehle des Tutorials verwenden. und dann werde ich die Befehle des Tutorials verwenden. Untertitelung des ZDF, 2020 In diesem zweiten Teil werden wir uns nun noch einmal mit verschiedenen Darstellungsarten von Kurven und Schraffierungen beschäftigen. Zunächst schalten wir hier im Viewport die Option Print Preview an. Damit können Sie Ihre Zeichnung so sehen, wie sie am Ende gedruckt aussehen würde. Diese Einstellung ist notwendig, da Sie sonst die unterschiedlichen Linienstärken, die wir gleich einstellen werden, nicht im Rhino-Fenster sehen würden. Wie ihr hier bereits sehen könnt, habe ich einige Objekte, zum Beispiel die Rahmen, bereits so eingestellt, dass sie gar nicht gedruckt werden. Als ersten Schritt werde ich nun auch für meinen Raster einstellen, dass es nicht gedruckt werden soll, selbst wenn ich die entsprechende Ebene in Rhino eingeblendet habe. Dazu entsperre ich jetzt die Ebene Grid und wähle meinen Raster aus. Anschließend gehe ich hier in das Properties-Menü. Falls dieses hier nicht sichtbar ist, gebe ich den Befehl Properties in die Kommandozeile ein. In den Properties wähle ich nun bei ausgewähltem Raster unter dem Menü Print Width die Option No Print aus. Das Raster verschwindet, da ich ja Print Preview für den Viewport eingestellt habe. Als nächstes widmen wir uns den Linienstärken. Diese können Sie einstellen, indem Sie eine beliebige Kurve auswählen und dann in das Properties-Menü gehen. Nun können Sie wieder bei Print Width eine Linienstärke für die ausgewählten Kurven festlegen. Achten Sie hier nun bitte darauf, dass alle Kurven, die an einen Randanschluss anschließen, die Linienstärke haben, die im Aufgabentext auf Moodle vorgegeben ist. Für die übrigen Kurven kann die Linienstärke frei gewählt werden. Auch eigene Werte sind möglich, indem wir bei Print Width einfach die Stärke eintippen, die wir haben wollen. Verwenden Sie die Linienstärken, um Ihre Zeichnungen differenziert auszugestalten. Verwenden Sie beispielsweise kräftige Linienstärken, um Elemente zu betonen, oder dünne Linienstärken, um Elemente zurückzunehmen. Jetzt werde ich Ihnen noch zeigen, wie Sie Bereiche mit den sogenannten Hatches schraffieren können. Als erstes erzeuge ich wieder einen neuen Layer und nenne diesen Hatches. Anschließend wähle ich nun eine geschlossene Kurve, zum Beispiel diesen Kreis hier aus, und führe den Befehl Hatch aus. Es öffnet sich nun ein Fenster, in dem die Schraffur konfiguriert werden kann. Für mein Beispiel wähle ich hier jetzt eine einfache Linien-Schraffur aus. Über die Option Scale kann ich die Größe der Schraffur einstellen. Und über die Rotation kann die Schraffur gedreht werden. Ebenfalls ist es möglich, mehrere ineinanderliegende geschlossene Kurven auszuwählen und anschließend den Bereich dazwischen mit einem Hatch zu schraffieren. In diesem Beispiel wähle ich hier jetzt eine Kreuzschraffur aus. Nun schauen wir uns noch die verschiedenen Linienstile an. Damit können beispielsweise gestrichelte, gepunktete oder auch Strichpunktkurven erzeugt werden. Die Linienstile sind ebenfalls über das Properties-Menü einstellbar. Ich wähle hier nun also eine beliebige Kurve aus und wechsle in das Properties-Menü. Unter Line Type wähle ich nun aus, wie die Linie dargestellt werden soll. Die Standarddarstellung ist immer Continuous, also durchgezogen. In diesem Fall wähle ich hier nun eine gestrichelte Darstellung aus. Ich wiederhole das Ganze noch einmal mit einer anderen Kurve und wähle in diesem Fall eine gepunktete Darstellung aus. Die Gestaltungs- und Einstellungsmöglichkeiten sind hier sehr umfangreich. Über einen Klick auf das Zahnrad und die Kategorie Line Types gelangen Sie in ein Menü, in dem Sie vorhandene Linienstile verändern und auch eigene hinzufügen können. Als letzte Gestaltungsmöglichkeit schauen wir uns nun noch die Farbgebung an. Um die Farbe einer Kurve zu ändern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum einen einfach die Farbe des jeweiligen Layers ändern, denn die Druckfarbe richtet sich in ihrer Standardeinstellung immer nach der Farbe des Layers. Ich kann die Druckfarbe aber auch, wie die Linienstile, direkt für einzelne Kurven oder auch Hedges einstellen. Dazu wähle ich eine Kurve oder mehrere Kurven aus und gehe wieder in die Properties. Nun kann ich unter Print Color die Farbe dieser Kurve einstellen. Sie können Ihre Geometrie beispielsweise in Graustufen darstellen und drucken lassen oder auch einzelne Farben verwenden, um Akzente zu setzen. Achten Sie für die Aufgabe bitte jedoch darauf, dass alle Kurven, die an Randanschlüsse anschließen, nicht nur die entsprechend in Moodle angegebene Linienstärke besitzen, sondern auch in der Druckfarbe Schwarz eingestellt sind. Musik 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 Ein kleiner Zusatz noch. Ebenso wie in anderen Programmen können Sie auch hier die Darstellungsreihenfolge der Objekte anpassen, also welche Objekte im Vordergrund und welche im Hintergrund liegen. Wenn Sie beispielsweise eine Situation erzeugt haben, wie ich hier bei mir, die rote Kurve liegt über der schwarzen, dicken Kurve. Ich möchte die schwarze, starke Kurve aber im Vordergrund haben, um auch den Randanschluss hier korrekt darstellen zu können. Dies ist möglich, indem Sie die schwarze Kurve auswählen und dann über das Edit-Menü in den Bereich Arrange gehen. Hier gibt es nun verschiedene Optionen. In meinem Fall möchte ich die schwarze, ausgewählte Kurve in den Vordergrund setzen und klicke daher auf Bring to Front. Jetzt können Sie sehen, dass die schwarze Kurve im Vordergrund ist und die roten Kurven hinter der schwarzen Kurve verschwinden. Alternativ gibt es auch die Textbefehle Bring to Front oder analog auch Send to Back. Darüber hinaus können Sie die Objekte über Bring Forward oder Send Backward auch einzelne Stufen in den Vordergrund oder Hintergrund schieben und so eine differenzierte Schichtung der Kurven erzeugen. Wenn Sie mit der Gestaltung Ihrer Kachel zufrieden sind, können Sie diese exportieren. Speichern Sie Ihre Rhino-Datei mit der Kachel in jedem Fall ab. Sie werden die Datei für die kommenden Aufgaben noch benötigen, da diese darauf aufbauen werden. Dazu zeige ich Ihnen jetzt noch zwei Exportmöglichkeiten. Eine für den Export als Bilddatei, diese verwenden Sie bitte für den Upload auf Moodle. Die zweite für den Export als PDF-Datei, diese werden Sie später für den Druck benötigen. Bitte folgen Sie dem Video aufmerksam, um Exportfehlern, Verzerrungen und falschen Formaten vorzubeugen. Um die Kachel für den Upload auf Moodle zu exportieren, klicken Sie auf das Druckersymbol oder verwenden Sie die Tastenkombination STRG-P. Im folgenden Fenster stellen Sie bitte Image-File ein. Die Maße unseres Exports entsprechen den Maßen der Kachel, also 375 x 250 mm. Für die Auflösung wählen Sie bitte 300 dpi. Bei View & Output Scale wählen Sie bitte Extents und achten darauf, dass der Maßstab auf 1 zu 1 eingestellt ist. Ihre Kachel sollte nun in der Vorschau so positioniert sein, dass die Schnittmarken und Rahmen nicht sichtbar sind und alle Randanschlüsse auch wirklich bis zum Rand gehen. Sollte dies nicht so sein, überprüfen Sie bitte Ihre Einstellung für Breite und Höhe des Exports. Achten Sie außerdem darauf, dass auch für Ihre Linienstile keine Skalierung eingestellt ist, also dass die Linien-Skalierung auf 1,0 steht. Anschließend klicken Sie auf Print und speichern so Ihre Bilddatei für den Upload auf Moodle. Nun schauen wir uns noch den Export als PDF für die Druckdatei an. Achtung! Diesen Exportweg werden Sie erst im Rahmen kommender Aufgaben benötigen. Kommen Sie zu diesem Zeitpunkt also gern zu diesem Tutorial zurück. Wir beginnen, wie vorhin auch, mit einem Klick auf das Druckersymbol oder der Tastenkombination STRG-P. Im folgenden Fenster wählen Sie nun aber Adobe PDF als Exportformat aus. Als Größe stellen Sie bitte A3 und als Ausrichtung Landscape ein. Bei Output Type wählen Sie bitte Vektor Output. Bei Output Color wählen Sie bitte Print Color, damit die Farben auch so gedruckt werden, wie Sie sie im Dokument angelegt haben. Bei View & Output Scale wählen Sie Extents und stellen den Maßstab auf 1 zu 1. Achten Sie darauf, dass keine Skalierung für Ihre Linienstile eingestellt ist. Nun sollten Sie in der Vorschau ein A3-Blatt mit Ihrer Kachel sehen. Die extra angelegten Schnittmarken sollten hier nun auch auf jeden Fall sichtbar sein. Sie werden diese später benötigen. Wenn nicht, überprüfen Sie bitte Ihre Einstellungen bzw. achten darauf, dass der Layer Kachel-Schnittmarken-Extensions eingeblendet ist. Ist alles korrekt eingestellt, exportieren Sie Ihr PDF mit einem Klick auf Print. Sie haben nun verschiedenste Werkzeuge und Fähigkeiten kennengelernt, um sowohl einfache als auch komplexe zweidimensionale Zeichnungen zu erstellen. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, sind die Gestaltungs- und Einstellungsmöglichkeiten schier endlos. In diesem Sinne, lassen Sie Ihre Kreativität im Rahmen der Vorgaben freien Lauf, verlassen Sie sich auf Ihr Gefühl für Form und Proportion und begreifen Sie die Zeichnung als Werkzeug zum kreativen Experiment. Ich hoffe, Ihnen hat das Tutorial gefallen. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal.